Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute gibt es das angekündigte FAQ oder Q&A, wie auch immer du es nennen möchtest. Ihr konntet mir unter einem der letzten Videos Fragen stellen. Leider kann ich nicht alle Fragen jetzt beantworten, weswegen du jetzt die Aufgabe hast, hier drunter gerne weitere Fragen zu stellen, beziehungsweise wenn du heute nicht rankommst mit deiner Frage, sie hier einfach nochmal zu stellen. Und dann wird es in der Zukunft nochmal ein neues Q&A-Video geben. Okay. Ich würde sagen, wir fangen ohne große Umstände jetzt auch einfach an. Ich werde die einfach entweder unten oder oben einfach auch mal einblenden. Und dann gehen wir die Fragen gemeinsam einfach mal durch. Frage Nummer 1 kommt von Ranger77. Der fragt, wenn du eine Sache auf der Welt einfach ändern könntest, was wäre das? Nun, das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage, aber ich wüsste tatsächlich direkt eine Antwort. Und zwar würde ich dafür sorgen, dass alle Menschen zusammenarbeiten. Alle. Was hat das zur Folge? Viel Positives. Denn wenn alle Menschen zusammenarbeiten, dann gibt es keinen Stress mehr. Gar keinen Stress. Keine Kriege. Keine Sanktionen irgendwelcher Art. Und dadurch könnte man Dinge wie den Welthunger, wie Klimaerwärmung und, und, und stoppen. Und gleichzeitig würde die Menschheit wieder neu denken. Sie würde größer denken, weiter denken. Ich denke da an Themen wie den Weltraum. Denn die Erde ist irgendwann nicht mehr bewohnbar. Ob wir die Klimaerwärmung stoppen oder nicht, ist egal. Die Sonne wird es nicht auf Ewigkeit geben. Klar, da ist noch ewig Zeit, aber Millionen und Milliarden Jahre sind in Formen des Weltraums ein kleiner Wimpernschlag. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir eine, ja, intergalaktische Spezies werden, wenn wir überleben wollen. Aber, um das überhaupt erstmal zu erreichen, müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir hier auf der Erde Ruhe bekommen. Und da bin ich dann bei dem Punkt, alle arbeiten zusammen. Kein Neid, keine Intrigen, kein Zwist, nichts. Harmonie. Ganz, ganz wichtiger Fakt, um voranzukommen. So. Okay. Und damit ganz spannend, wie gesagt, viele Stoppen, Hunger, Kriege, Klimaerwärmung und so weiter. Frage Nummero 2 von Julius W. Was hast du noch für berufliche bzw. private Ziele? Wenn da übrigens ein Lob oder sowas noch kommt, immer vielen Dank. Ich lese das so jetzt mal nicht vor. Also, berufliche Ziele. Mein Traum war es immer, mich selbstständig zu machen. Da kommen wir aber auch noch selber, noch später, glaube ich, zu. Problem ist dafür, man muss erstmal eine Geschäftsidee haben. Und da ist natürlich immer so eine Sache. Private Ziele. Nun, ich habe Dutzende Ziele. Dutzende, kleine, mittelgroße und gigantische. Wirklich. Also, das sind dann solche Ziele wie, ich würde gerne mal einen Marathon laufen. Ich würde gerne mal einen Ironman machen. Ich würde gerne die komplette Welt bereisen. Ich würde gerne später mal Frau und Kind haben. Ich würde gerne mal in einem eigenen Haus leben. Ich würde gerne... Oder eigenes Haus oder Penthouse-Wohnung. Ein Traum. Ich würde sehr, sehr gerne mal nicht mit 70 noch arbeiten müssen. Ich würde mich gerne früher zur Rente setzen. Und zwar gut zur Rente setzen. Nicht knapsen. Ich habe unendlich viele Ziele. Und ich arbeite da dran. Und ganz im Ernst, das ist wichtig als Mensch, Ziele zu haben. Denn wenn du keine Ziele hast, dann gehst du planlos in den Tag. Lern einfach daraus. Lern einfach daraus und sag dir, okay, was möchte ich wirklich erreichen? Und das notiere dir. Das ist das, was zählt am Ende. Okay. Zum Beispiel auch die Welt bereisen. Das ist für mich ein Traum. In einem anderen Land leben mal eine gewisse Zeit auch. Komm, wir brauchen gleich noch zu. Okay, machen wir weiter mit Genie Scamander. Spannender Name. Welche Leistungskurse hattest du in der Schule? Also, ich war ja auf einem Gymnasium, auf einem Wirtschaftsgymnasium. Da machst du die allgemeine Hochschulreife. Also das ganz normale Abitur. Also ich habe nichts irgendwie Spezielles. Ich habe aber eine Fachrichtung dabei gehabt. Das ist Wirtschaft und Verwaltung gewesen. Mein Abitur ist nicht mehr oder minder wert. Also das ist gleichwertig. Dadurch war aber ein Leistungskurs vorausgesetzt. Und das war BWRC. Betriebsrechnungswesen und Controlling. Äh, nicht Quatsch. Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling. So rum war es. Ist jetzt schon wieder vier Jahre her. Und als zweiten Leistungskurs hatte ich fälschlicherweise Englisch genommen. Warum fälschlicherweise? Ich war von der ersten bis zur zehnten Klasse in Mathe viel besser als in Englisch. In der elften Klasse war ich aber in Mathe schlecht und in Englisch viel, viel besser. Davon habe ich mich leiten lassen. Danach die zwei Jahre Mathe wieder top, Englisch flop. Ja. Genau. Das waren so die zwei Kurse. Danach noch Grundkurs, Mathe halt und im mündlichen Abitur Deutsch. Ja. Aber so viel Auswahl gab es bei uns auch tatsächlich nicht. Ähm. Genau. Nächste Frage. Mr. Cube. Hi. Wie läuft es mit dem Studium? Oder bist du schon fertig? Ich bin nicht fertig. Das dauert auch noch, weil ich dann nachher noch einen Master machen möchte, beziehungsweise machen werde. Das Studium läuft sehr gut. Ich konnte im letzten Semester meinen dorten Durchschnitt ein wenig anheben, also verbessern. Ich bin damit immer noch nicht zufrieden, aber das liegt auch da dran, dass ich die ersten Semester sehr, sehr habe schleifen lassen. Umstieg von Schule auf Uni und alles, alles neu. Naja, gut. Aber es läuft gut. Und bald steht dann die Bachelorarbeit an und dann geht es in den Master. Dafür brauchen wir einen gewissen Notendurchschnitt. Und da komme ich aber locker dran. Also da müsste es jetzt schon echt mit dem Teufel zugehen, wenn ich das nicht schaffen würde. Da glaube ich jetzt einfach mal dran. Die nächste Frage. Ups. Ich muss hier weitermachen. Nein. Falsche Richtung. Ähm. Vicky 9575. Wenn du dich in ein Tier verwandeln und es für immer bleiben müsstest, in was würdest du dich verwandeln und warum? Jetzt bin ich ehrlich. Ich habe nach der Frage mal eben kurz was gegoogelt. Und deswegen habe ich eine spezielle Antwort. Ich werde ein Riesenschwamm. Warum? Relativ einfach. Der Riesenschwamm wird bis zu 10.000. 10.000. Das ist eine 10.000 und drei Nullen dahinter. Jahre alt. Und wenn ich mich schon aussuchen kann, dann werde ich doch bitte das, wo ich am längsten auf der Erde sein möchte. Oder werde das, wo ich am längsten auf der Erde sein kann. Riesenschwamm. Was der kann? Keine Ahnung. Aber der lebt lange. Nehme ich. Äh. Explosion Gaming. Frage für das FAQ. Wie wichtig siehst du die Schule in der heutigen Zeit? Okay. Also. Schule ist im Grunde genommen was Gutes und was Wichtiges. Aber. Aber. Das Ding ist, in der Schule wirst du dazu ausgebildet, ein guter Mitarbeiter zu sein. Der Routine zu folgen, die es seit hunderten Jahren gibt und der man folgen sollte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das ist vollkommen okay. Es ist wichtig, gewisse Sachen zu lernen. Denn deutsche Sprache, englische Sprache, Geschichte, ein wenig Religion ist auch nicht verkehrt. Physik, Biologie, alles vollkommen okay. Grundlevel. Wichtig. Aber. Worauf es dann ankommt, ist, dass du dir selber in den Bereichen, die dich interessieren, dich selber weiterbringst. Und das kannst du nicht in der Schule machen, sondern das musst du zu Hause tun. Deswegen. Schule ist wichtig. Auf jeden Fall. Aber. Um. Das wirklich zu erreichen, was du möchtest. Musst du zu Hause weitermachen. Und es ist ja auch gar nichts verkehrtes daran zu sagen. Man wird in der Schule zu einem guten Mitarbeiter ausgebildet. Für 99% der Leute ist das ja auch vollkommen ausreichend. Die möchten das ja auch so. Und das ist gut so, weil jeder soll das Leben so leben, wie er es möchte. Möchtest du in die Pflege gehen? Bitte. Möchtest du später eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann machen? Go. Möchtest du in die Tourismusbranche? Go. Möchtest du studieren? Go. Wie jetzt in meinem Fall. Aber ich persönlich bin halt der Meinung, ich möchte mehr. Ich möchte weitergehen. Eben wie zum Beispiel Arbeitgeber vielleicht mal werden. Ein eigenes Unternehmen gründet. Und so weiter. Das wird einem absolut nicht beigebracht. Und es fehlen halt auch viele Dinge aus der realen Welt. Und dann im Endeffekt. Steuern. Versicherungen. Und so weiter. Das musst du dir zu Hause beibringen. Du musst dir auch beibringen, wie du zu Hause wirklich alleine mal leben kannst. Also, ne. Die wird hier nicht beigebracht, wie du dir morgens den Wecker stellst. Oder abends den Wecker stellst. Oder wie du dir einen Kaffee kochst, bügelst oder so weiter. Schule ist wichtig. Aber du musst selber daran arbeiten, dich selber weiterzubilden. Okay. Ich hoffe, das klang nicht irgendwie zu komisch. Ähm, Marius, Focken, Focken. Ist das so? Wäre das ausgesprochen. Was sagst du momentan zu Schalke? Und was ist deine Bundesliga-Prognose für diese Saison? Wer wird Meister? Wer landet auf Platz 1 bis 6? Und auf Platz 16 bis 18? Also, den hinteren Teil habe ich ja schon soweit gemacht. In einem Video mal. Momentane Situation zu Schalke. Ich möchte da gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, es wird auf meinem Zweitkanal bald ein Video dazu geben. Ein ausführlicheres Video. Und... Dann schauen wir mal weiter. Ähm... C, R... Also, C.R. Wie auch immer da gemeint ist. Als ich heute erfahren habe, dass die Fitnessstudios schließen müssen, musste ich an dich denken. Was machst du denn jetzt? Ja, das habe ich tatsächlich mehr als einmal gehört. Denn, wie ihr vielleicht in meiner Instagram-Story immer gesehen habt, war ich eigentlich immer so 5-6 Mal die Woche im Gym. Und beim Märzen wurde da ein Strich durch die Rechnung gemacht, indem die Fitnessstudios auf unbestimmte Zeit, beziehungsweise ja erstmal für den November, aber ich glaube da nicht dran, dass die im Dezember wieder öffnen werden, zugemacht sind. Was mache ich? Ich gehe dreimal die Woche draußen im Wald joggen. Unterschiedlich 6, 8, 9, 10, 11 Kilometer. Und mache zweimal hier drin Home-Workouts. Alles mögliche. Also von Humble-Männern, Liegestütze, Dips, an der Wand, also Wandsitzen, Kniebeugen. Und ich habe mir jetzt auch Kurzhanschen bestellt. Das bedeutet, ich kann jetzt schon deutlich mehr wieder jetzt machen in Form von Bizeps-Girls und ja, so ein bisschen Rudern und alles. Das mache ich hier noch zu Hause. Aber trotzdem, ich vermisse das Gym. Okay, machen wir weiter. Ähm, Liam und Ole, möchtest du dein eigenes Unternehmen gründen oder studierst du, um ein anderes Ziel zu erreichen? Und wenn ja, welches Ziel wäre das? Das ist genau das, was ich schon angesprochen hatte. Ja, mein großes Ziel wäre auf jeden Fall, irgendwann mal ein Unternehmen zu gründen. Auf jeden Fall. Welche Branche, da bin ich selber so in meiner Findungsphase momentan. Und deswegen, das ist auf jeden Fall ein Traum von mir. Definitiv. Eigener Chef sein. Das ist, ich bin, ich bin kein Typ, der gerne Anweisungen annimmt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da habe ich, da habe ich große, 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 große Probleme mit. Also wirklich. Okay, nächste Frage. Die nächste Frage kommt von TrueDrive, denke ich mal. Hörst du dieselbe oft ASMR an zum Entspannen? Wenn ja, welche Trigger gefallen dir am meisten? Ich schaue mir ASMR an, ja, aber seltener, deutlich seltener, weil die Zeit dafür fehlt. Und Trigger, ich mag Fingerflattern total gerne. Und Tapping auf Glasobjekten oder auf Verpackungen, so. Ich habe jetzt keins hier, aber ja. Leonardo BMG, beziehungsweise Leonardo Borussia München Gladbach, denke ich mal. Was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Nun, Freizeit ist schwierig immer, da ich YouTube habe. Ich habe die Uni und dann auf jeden Fall mal Sport machen. Ganz wichtig ist für mich ultimativ. Aber dann kommt wahrscheinlich Fußball. Kein Spaß, ja. Das ist natürlich jetzt momentan schwierig, aber normalerweise bin ich ja bei jedem Heimspiel meiner Lieblingsmannschaft im Stadion. Also Schalke ja bekanntermaßen. Und ja, das fehlt mir momentan natürlich. Und sonst halt lesen. YouTube schauen natürlich auch so ein gewisser Maße. Meine Freunde sind mir ultimativ wichtig. Und auch einfach raus. Das sind so meine Sachen. Fotografieren, Filmen, natürlich alles Mögliche. Ja, klar. Erik, ich weiß nicht. Erik187, was fährst du für ein Auto? Ich fahre einen Seat Leon von 2017. Ja. Gehört aber nicht 100% mir, sondern meiner Mutter und mir. Wir haben den Wagen gekauft. Ihr gehören 50%, mir gehören 50%. Weil wir brauchen nur ein Auto und es ist echt. Also wenn ich das Auto brauche, dann habe ich den Wagen. Ich fahre damit auch deutlich mehr als meine Mutter. Aber der Wagen gehört uns beiden. XX fragt, was sind deine Lieblingsrockbands? Okay. Green Day, die Ärzte, Rise Against, 30 Seconds to Mars, Sum 41, die Toten Hosen in gewisser Hinsicht noch, Skillet, Linken Park. Let me look. Bring me the Horizon, die Broilers, das ist Punkrock halt. Ärzte habe ich gesagt. Donuts, Foo Fighters, Green Day auf jeden Fall ist die absolute Lieblingsband. Skeletor hatte ich gesagt, Linken Park hatte ich gesagt. Nirvana, Green, Rise Against hatte ich gesagt. SDP ist keine Rockband. Fertig Sankt to Mars hatte ich gesagt. Ja, das sind so die Bands. Ich bin halt absoluter Rockhörer, also ich höre wenig anderes. Ich höre dann nochmal sowas wie Alligator, Trailer Park und, ähm, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Nefix auf jeden Fall ist Motivationsmusik, Contra Car auch, sowas. Aber meistens ist Rock. Und absolut oben ist Green Day. Voll. Äh, oh Gott, wie spreche ich meinen Namen aus? Salio02, sorry, wenn ich deinen Namen komplett falsch ausspreche. Ähm, du hast doch sicherlich was von den Schalke Jogs von Gamer Brother mitgebet bekommen. Wie stehst du dazu? Ich muss gestehen, ich schaue mir Gamer Brother nicht wirklich an. Aber die Schalke Real Jogs schaue ich mir alle an. Und ich muss sagen, er hat bis zu einem gewissen Maße vollkommen recht. Beziehungsweise eigentlich hat er in 99,99% der Fälle recht. Ich bin persönlich auch, ja, ein Fan, der lange Zeit gesagt hat, lass den e.V. Mittlerweile bin ich kolossal dagegen, weil es bringt einfach nichts. Steigt dieser Verein ab, steigt nicht direkt wieder auf, dann kacken wir ab. Cottbus, allem an Jahren, dieses Niveau. Nicht wir Hamburg zwei, drei Saisons unten bleiben und dann wieder hochkommen. Nein, wir machen den Abgang von 2001 Fastenmeister bis 2021, 2022 Dritte Liga. Beziehungsweise, Schalke wäre ja auch 2728 Fastenmeister geworden. Also es ist eigentlich noch viel schlimmer, wenn man mal ehrlich ist. Wir haben das verpasst. Aber wie gesagt, anderes Video. Und ja, mitbekommen und finde ich gut. Mit David Fagg, da fand ich es ein bisschen krass, auch wenn ich auch der Meinung war, er musste gehen. Aber, ja, war vielleicht ein Ticken Hardcore. Aber ist halt Entertainment auch. Ähm, XX007 Girl, XX, bist du eigentlich mal sitzen geblieben? Sitzen geblieben. Ich habe wiederholt freiwillig die 11. Klasse, aber auf einer anderen Schule. Denn ich war erst im Gymnasium auf einer anderen Schule und das war zum Kotzen dort. Und dann habe ich freiwillig gesagt, ne Leute, wisst ihr was, ich wechsle. Und bin dann eben auf dieses Gymnasium gewechselt. Und da habe ich dann freiwillig die 11. Klasse wiederholt. Aber das war halt auch absichtlich. Sonst nie. Nein. Ähm, love is trust in you. Frage fürs FAQ. Zwei Stück sogar. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Engagiert. Motiviert. Ehrlich. Ja, wobei engagiert und motiviert ist irgendwo das gleiche fast. Also es geht in irgendeine... Motiviert. Ehrlich. Ja, was könnte man jetzt noch nehmen? Liebenswert. Ich bin, glaube ich, ganz liebenswert. Also hoffe ich. Ähm, woher holst du dir die Anregungen für deine Videos? Die kommen meistens tatsächlich aus dem Sport. Wenn ich laufen bin, ob jetzt im Fitnessstudio oder draußen, irgendwann nach einem Kilometer auf zwei, dein Körper hat sich eingespielt, deine Atmung hat sich eingespielt und dein Geist driftet ab. Und das ist so der Moment, wo mir Videoideen kommen. Und dann muss ich beim Laufen auf mein Handy in die Notizen mal eben kurz ein, zwei Stichpunkte schreiben. Habe mich zehnmal vertippt. Sieht komplett unordentlich aus. Aber da kommen mir viele, 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 viele meiner Ideen. Also wirklich 99% der Ideen sind beim Sport tatsächlich. Ja. Ähm, RVX, WFX oder hast du Aktien? Wenn ja, welche? Wie sieht es momentan aus bei dir? Also ich habe Aktien, ja. Ich will euch jetzt nicht mehr ein genaues Portfolio sagen, weil das macht irgendwie auch für euch keinen Sinn. Aber ich kann euch ein paar davon einfach mal nennen. Dann lasst mich kurz gucken, mein Portfolio läuft übrigens sehr, sehr gut. Ich bin im Gewinn. Das ist auch ganz kurzum. Sollte es auch sein. Ich besitze unter anderem McDonalds, Apple, Visa, Coca-Cola, Airbus, Reality Income Corporation, Microsoft. Ja, das sind so ein paar. Und Boeing. Das sind so ein paar der Aktien. Aber ich achte da auch sehr stark drauf, nicht zu überlagert zu sein. Und diversifizieren, immer wichtig. Ja. SL8. SL8 eSports oder whatever. Wie groß bist du? Ich bin ein bisschen über 1,90. Genaue Zahl weiß ich gar nicht, aber 1,90, 92, 93, sowas in dem Schnitt. E-Smart ist beste. Wie lange willst du noch YouTube machen? Hab mir da jetzt kein genaues Ausstiegsdatum überlegt. Aber ich bin 24, also ich kenne YouTuber, die sind 60 und machen das noch. Who knows? Okay, und die vorletzte Frage. Basti vor President. Warst du gut in der Schule? Hat es dir in der Schule gefallen? Ähm, gut in der Schule. Naja, ich hab meinen Realschulabschluss mit 2,0 gemacht. Und dann mein Abi mit 2,9. Was jetzt im Nachhinein eine absolute Schande ist. Weil ich weiß genau, dass das hätte viel, viel, viel besser sein können. Ich aber 2 Jahre einfach nichts gemacht habe. Ist einfach so. Hat es dir in der Schule gefallen? Ja, war okay. Hatte gute Leute da. Äh, und Joe Snow. Wenn du nicht in Deutschland leben würdest, wo würdest du gerne leben? Glaube in den USA tatsächlich. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten reizt dann doch. Irgendwo schon. Vielleicht momentan nicht mit Corona. Aber sonst, ja. Wobei ich auch das, das Vereinigte Königreich, insbesondere halt England, sehr, sehr verlockend finden würde. Oder tatsächlich auch, ähm, Dubai. Einfach weil, wenn, es kommt drauf an, als was du arbeitest. Wenn du natürlich deinen Job brauchst, no chance. Aber wenn du zum Beispiel Unternehmer bist und du kannst von überall arbeiten, arbeiten, ist schon geil. Aber wenn du da arbeiten musst, nimm, nimm. Weil da ist, ist schwierig. Weil das ist halt, es sind halt viele Leute da hingekommen, die für weniger Geld arbeiten. Und dadurch sind die Löhne halt sehr, sehr stark in den Keller gegangen. Und das ist natürlich nicht gut. Und man sieht es dann auch, wenn man außerhalb so ein bisschen von Dubai ist, dass das Ganze dann doch schon deutlich runtergekommen ist. Und das ist natürlich nicht schön. Ganz klar. Aber ja, das sind so meine Ideen. Und das war's auch für das heutige Q&A. Ich hoffe natürlich, dir da draußen hat's gefallen. Wenn ja, dann lass es mich doch gerne wissen. Und dann freue ich mich auf deine Kommentare. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Haut da rein. Ciao. Ciao.